so es wird ernst die ernte zeit beginnt das ist heute mal der plan zudem müssen wir hier schauen wo 74 prozent aufs wieder fällen mit dem wahl dünger wird füllen auf jeden fall gut starten wir mal solide dich brauchen wir nicht ich brauche so ich brauche mal sowieso milch den kuhstall 1 milch führen ich brauche mal auch so fürstens nämlich gülle so gülle kühe 1 bga gülle alex gülle ja 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 ich brauche mir auch auf jeden fall ja muss man mal Cheaten machen So, du fasst mit die Anhänger So, du fasst mit die Anhänger Was machst denn du? Pass auf, den übernehme ich So, du fasst mit die Anhänger So, du fasst mit die Anhänger So, Alex See you, Alex Stimmt's allerdings, das war ein bisschen kacke, wenn wir das dann so machen So, c'est ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So... So, sehr schön, den stellen wir gleich auch mal... So, wer ist er? Er kommt mit der Milch zurück... Ja, kümmert sich um die Gülle... So... 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 15.000 verdient doch nichts. 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 Vielen Dank. Das war schon was zerkostet. Das war schon was. Das war schon was. Das war schon was. Das war schon was. Das war schon was.